Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Leechucks Revenge Monkey Island 2 Wir stehen hier bei den Piraten ohne Moral und die erkennen uns anscheinend nicht wieder und ja, ich bin Guybrush. Im letzten Spiel wollte die mir eine gefälschte Schatzkarte andrehen. Ich bin Guybrush. Hast du mir versucht, die Minuten des PTA-Mesetzes in der letzten Spiel zu verkaufen, dass es eine Karte war? Karte? Äh, ich weiß nicht, was du sprachst. Nein, wirklich? Warum wachst du uns auf, Gorbush? Was machst du da oben? Was macht ihr da oben da oben? Wir... performen. Äh, das ist richtig, performen. Das ist was wir jetzt für ein Leben machen. Du siehst, nachdem unser Circus verloren hat, haben wir ein Piraten-Katering-Business auf einer nahe geringen Isle. Ein sackendes Essen. Das war ziemlich leugend. Warum macht ihr das jetzt nicht mehr? Der Gouverneur der Isle hat uns einen Offer, die wir, äh... ...haha... ...couldn't refuse. Also? Wir haben ihm das Geschäft verkauft. Tatsächlich. Ja? Ja? Wir haben das Geld in einen von diesen Neu-Fangled-Glas-Bottom-Busen. Wir wollten die Passagere auf Sichtseinschreiber. Und suchen für ein Ort called Drinke Island in unsere Spare-Time. Boi! Wir wollten da noch nicht hin. Außer von der offene Worte, wir hatten in die Information, dass Drinke in Wahrheit in Wahrheit den legendärer Träger von... ...Big... ...Wuup. Big-Wup. Dann hast du hier auch gerade. Big-Wup? Ich schaue das auch. Na, ich hoffe, dass dein Glück besser ist als unsere. Siehst du, wir haben ein bisschen auf dem Boot gewonnen. Es scheint, dass der Geschäftsführer kein Glas für den Boden hatte. Also haben wir da nur ein gaffeschen Hohle. Nachdem wir das notiert haben, waren wir das Wasser. Richtig! Und wir sind auf einer kleinen Deserter-Islande entstanden. Wann kommt nicht der Teil mit der Performance? Wann haben wir zu der Performance-Fahrt? Wir haben einen Philosopfer auf der Islande und er hat uns etwas das unsere Leben verändert. Dass ihr ein Haufen armer Irrer seid, dass ihr harmlose Passanten mit dieser Geschichte zu Tode langweilen sollt. Er hat uns gesagt, dass die ganze Welt ist ein Stage und dass wir nur Spieler sind. Also, wir gewordenen Performance-Artist. In unserem aktuellen Arbeit betrachten wir Menschen's response zu globale, environnementale Problemen einer verändernden Welt. Und wieso künstlert ihr gerade da oben rum? Wieso müsst ihr auf dieser Ledge performen? Ah, um die precarische Natur der Situation zeigen. Äh, so zu sprechen. Genau, genau. Ich glaube, ihr überseht den Symbolismus, den ihr durch eure Nähe zur Erde herstellen könntet. Ich glaube, dass ihr überseht den Potenzial Symbolismus, die durch eure Nähe zu der Erde erhalten wird. Ähm, aber... All right, du hast uns. Wir sind wirklich hier, weil... Well... Wir sind Angst, zu runterkommen. Was? Was ist das Wort für es, Frank? Äh... Hm. Landratenphobie? Taraphermaphobie? Es ist das Gegenteil von Acrophobie. Etwas, wie... Orchaphobie. Angst, dass dieses Spiel ein noch tieferes Niveau erreicht. Fear of Killer Whales? Sag was du willst, wir kommen nicht runter. Was ist mit deinem Bein passiert? Was ist mit deinem Bein passiert? Es passiert... ... während einer Performance. Als er das Bein verloren hat, Frank war brilliantly die Inseparabilität des Wegs, in den mann von der Klinik steckt. Der Symbolismus des Cheese war essentiell. Du weißt, dieses Bein sieht ein bisschen dingy. Würdest du etwas mit den Waldschmerzen holen und es für mich schlagen? Gib mir Geld für die Politur. Okay. Danke. Ist das eure Ratte? Ist das dein Ratte? Ja. Wir nennen ihn Monster Monster wegen seiner insatiable Fassion für Cheese. Cheese! Wir sehen uns später, Freunde. See you later. Wir können wenigstens unsere Anticipation So, wir gehen mal weiter. Ähm... Wir können dann ja für ihn schon mal bei dem Holzmann... Auf zum Holzmann! Ach so. Ah... Wenn ich da gedrückt halte, leuchtet das Zeug auf. Das wusste ich gar nicht. Wir haben Eimer, wir haben Messer, wir haben ein bisschen Geld. Okay. Wir wollen Holzpolitur. Gebt mir Holzpolitur. Also da kommt mich noch nicht klar. Ja. Kann ich etwas Politur bei Ihnen kaufen? Das ist ein Stück von Eid. Was anderes? Ich würde gerne ein bisschen schauen. Natürlich. Danke. Danke. Hier ist ein Stück von Eid für Ihre Probleme. Kann man jetzt wahrscheinlich ein paar Mal durchmachen, bis man ein bisschen Geld hat. Danke. Hier ist ein Stück von Eid für Ihre Probleme. Oh, was? Danke. Hier ist ein Stück von Eid für Ihre Probleme. Danke. Hier ist ein Stück von Eid für Ihre Probleme. Okay. Wir haben fünf Stück. Das sollte reichen. Mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Und jetzt haben wir ja eigentlich nur noch dieses Gebäude hier. Wir haben nur noch das Schiff hier zum Reingehen. Hmm. Nur ein Gast. Ja. Ja. Aber das verdammte Largo ist wie 30. Ich muss erst einen Platz haben. Du solltest diese Dinge öffnen lassen. Ich bin mit dir in einem Moment. Busch. Entschuldigung. Ich möchte einen Platz, bitte. Entschuldigung. Wir haben nur einen. Und es ist voll. Okay. Sehr schön. Es gibt nur einen. Und es ist voll. Das ist ein Alligator. Oh, das ist nicht so schön. Und der hat Käse. Der hat Käse. Müsste das sein. Oder irgendwas anderes. Hauptsache irgendwas zu fressen. Drücken wir ihn mal. Ich könnte einen Finger verlieren. Das machen wir nicht. Okay. Wir. Kommen. So. An. Das sind Käse ran. Hehe. Wisch. Hey. Damit haben wir Käse. Und da ist ne Tür. Das ist wahrscheinlich Largos Tür. Reste. Bett. Schließe. 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 Wer hat dich in meine Zimmer? Ich dachte, es war meine Zimmer? Nein, es ist nicht. Also, geh die Scheiße aus hier. Schließe. Ich bin allein. Es ist immer noch hier. Hau doch ab. Okay. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, was wir machen können. Was haben wir? Nicht so wirklich viele. Da ist ne Säge. Da unten sind lauter Frösche. Wo können wir denn hin? Wir gehen mal zum Strand. Das ist ein Stock. Nice, Deck. Nimm mal mit. Okay. Da haben wir ne Tür. Schauen wir mal, ob die aufgeht. Hmm. Das Tür scheint sich zu locken. Grab Skallions-Slimen-Weenie-Hut. Platz hier. Slimen-Weenies. Hier haben wir angefangen. Er ist zurück. Lachuck. Ich habe ja schon wieder versucht, wenn ich Lachuck fertig gemachte. Ich habe ja schon wieder versucht, wenn ich Lachuck fertig gemachte habe. Okay. Es ist die rechte Hand von Lachuck. Gut zu wissen. Erzähl mir von... Erzähl mir von diesem Largo. Lachuck. Ein 2-Bit-Thug. Er ist nichts, aber ein langweiliger Weasel. Also, warum nicht Lachuck aus dem Isle? Nun, wir würden. Aber er war sehr nahe zu Lachuck. Aber Lachuck ist immer wieder weg. Ich habe gehört, dass sie seinen Körper nicht gefunden haben. Das ist, weil ich ihn in 1.000 Stück. Oh nein. Nicht diese Geschichte wieder. Oh nein. Habt ihr eine Idee, wo ich an ein Schiff schadern könnte? Kennt ihr einen? Ne, wir gehen. Wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Das erinnert mich. Haben wir noch keine Weenies? Ich geh hier mal wieder. Die nerven mich ein bisschen. Ich will hier weg. Hups. Ich will mal wissen, wie man in die alte Ansicht kommt. Ja, Voodoo-Puppe wissen wir schon. Wollen sie ja alle machen, bloß wir haben keine. Ist der Inventar? Öffne, nimm. Ah, mit F1. Da hat er schon ein paar Härchen im Gesicht mehr. Gehen wir mal zum Sumpf. Gehen wir mal zum Sumpf. International House of Mojo. International House of Mojo. Creepy, aber wahrscheinlich seaworthy. Wir können den benutzen. Ah. Da hast du gar ein Stock drin. Damit können wir den Sumpf entlang fahren. Wo kommen wir da hin? Ist das nicht die Voodoo-Lady? Aus dem ersten Teil. Ja. Sieht so aus. Da ist ein Faden. Ein bisschen. Ich will ihn eigentlich erst angucken. Display-Model. Ich komm mit dieser Steuerung nicht klar. Schau mal. Display-Model. Display-Model. Kennen wir uns nicht von irgendwoher. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Ah. Wir vergessen oft diejenigen, die uns am meisten helfen. Wir tun? Ich habe dir gesagt, wie zu tun mit Lechuk. Ich habe dir gesagt, wo zu finden die Voodoo-Anti-Route. Und wie zu erneutern. Wie zu erneutern. Wie zu erneutern. Er ist ein Mann, der diese gesamte Islende übernimmt. Die meisten Menschen sind Angst, weil er damals von Lechuk der rechten Mann war. Ja, aber Lechuk der Geschichte. Ich habe ihn selbst ausgetauscht. Verrückter Schmerz kann nie komplett komplett verletzt werden. Du wirst es sehen. Warum verflogen Sie Largo nicht einfach? Ich habe versucht. Meine größte Magie liegt in Voodoo-Dolls. Aber um eine effektive Puppe zu machen, brauche ich ein paar Items von Largo's Person. Und niemand ist brav genug, um sie für mich zu holen. Was für Zutaten brachte man für eine solche Puppe? Sind Sie bereit, mich einen zu helfen? Ähm, vielleicht. Um es zu funktionieren, musst du mir ein paar persönliche Artefakte von der Verkauf. Einer von der vier Grundsatz-Voodoo-Gruppen. Ein Koffer-Liste. Ein Koffer-Liste. Ein Koffer-Liste. Hm. Wuh, du. Sieht cool aus. Okay, dann fangen wir mal zurück. Ähm. Die Körperflüssigkeit wissen wir ja, wo wir sie herkriegen. Der hat uns ja... Hat neben uns ja an die Wand gespuckt. Das kriegen wir hin. Die Locke von seinem Haar lag, glaube ich... Ich glaube, der hatte ein Toupet in seinem Zimmer liegen. Gehen wir aber erstmal zum Friedhof. Vielleicht finden wir da was von alt. Hier oben sind Gräber. Gehen wir mal zu den Gräbern. Marco Largo Legrande. Hell an See oder Sand. Die gute Neu ist, er ist tot. Die schlechte Neu ist, er brachte. Das ist ein schreckliches Gefühl. Genial früher. Ha. Hatte ich... Hatte ich ein bisschen Schiss. Ich versuche an meinem Grandfathers' Haar. Something weird ist going on. Vielleicht. Hm. Wir laufen aber vollständigkeitshalber hier noch auf die Halbinsel. Komm schon. Gib Gummi. Du warst auch schon mal schneller. Hallo? Hm. Ach, das ist ein Schild. Das hätte ich erstmal lesen können. Ne, egal. Oh Gott, wir bauten so lange Wege. Captain Dread. Hallo? Hallo Mann. Mein Name ist Captain Dread. Was kann ich für dich tun? Ich muss ein Schiff chartern. Ich muss ein Schiff chartern. Ich kann nicht chartern auf meinem Schiff, weil ich ein Schiff schlussendere Zettel verletze. Ich habe ihn mit dem Schiff gesehen. Ich habe ihn mit dem Schiff gesehen. Ich kann nicht ohne ihn fahren. Keine Chance. Keine Chance. der mean und galtige Lago. Er hat ein Embargo auf der Isle. Keine Schiff kann in oder aus aus sein. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Erzählen Sie mir mehr über diese verlorene Halskette. 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 Er hat ein paar Jahre vorgelegt. Mein Navigator und ich haben ihn auf dieses legendäre Isle. Als wir gekommen sind, wurden wir von Cannibals gezogen. Ich habe es geflogen. Aber mein Navigator war nicht so glücklich. Alles, was ich von ihm gefunden habe, war eines seiner Halskette. Und ich habe ihn als gute Glück gehabt. Ich glaube, ich kenne Ihren Freund. Ich glaube, ich habe deinen Freund kennengelernt. Unwahrscheinlich. Ich muss weiter. Ich muss noch ein paar Schätze finden. Okay. Tschüss, Mann. Komm wieder. Auf nach Wutig. Beweg dich, Guybrush. Auf nach Wutig. Hier ist ja nichts weiter, ne? Friedhof, Sumpf, Strand. Okay. Alles klar. Haben wir irgendwas, um was aufzunehmen? Ja, wir haben ein Papier. Mit dem Papier können wir das abziehen von der Wand. Schon haben wir zwei. Von vier. So, da ich weiß, was man machen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau für die Voodoo-Puppe da ist. Aber wir haben hier oben ja eine Ratte. Und sie haben mir gemeint, die steht auf Käse. Und wir können die Schachtel hier öffnen. Können den Käse da reinlegen. Benutzen den Stock mit dem Schachtel. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke, ich bin zu knackig, dass ich den Stich und den Knochen zusammengehalten habe. Das scheint nicht zu funktionieren. Ah, jetzt geht's doch. Komisch. So, wir gehen jetzt mal hier drunter und warten, bis die Ratte da reingeht. Hol dir den Käse. Und dann ziehen wir doch einfach mal dran. Und nehmen die Schachtel. Sie werden nicht in meinem Schachtel. Ein gesperrter, zusammengekauerter Ratte. Die nehmen wir mit. Meins, meins, meins. Wir haben eine Ratte eingesteckt. Wir sind vielleicht böse. So, mit dieser Ratte wollen wir uns einen Job ergattern. Ergattern. Wir gehen ins Fenster rein. Und... Was erwartet man, was man im Essen nicht kriegt? Eine Ratte. Glücklicherweise ist das eine kalte Suppe. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Junge? Hey, äh... Wie ist das Stew heute? Stew? Wie gosch! Wir sind hier nur gourmet-chillte Suppe. Wir sind hier. Wir sind hier. In Wahrheit, unser neuer Künstler hat all den Tag auf einer sehr speziellen Vichysoise gearbeitet. Lass mich mal sehen, wie er geht. Vichysoise. Ich hab's richtig ausgesprochen. Hier, mein Fündelfinger. Wollt ihr einen Garten? Ich denke, es wird. Oh, mein Gott! Welchen typischen Rezeptbuch hast du benutzt? Du bist Feuer! Aber, Herr... Au! Geh aus meiner Sicht! Das ist der größte, schreckliche Mist, der ich in meinem Leben gesehen habe. Schau mal die Haare! Und was ist das? Wie werde ich denn diese Stücke rausnehmen? Das ist ein bisschen gemein, aber hey! Na, hier ist deine Soap. Äh... Ich bin wirklich nicht so hungry. Verdammt. Hey, kannst du kuchen? Ein bisschen? Wie würdest du eine Karriere in der fast-paceden Welt der Pub-Food-Cuisine gefallen? Sagst du, dass es in der Küche gibt? Ja. Interessiert? Na klar, warum nicht? Natürlich. Ich gebe es einen Schuss. Great. Der Job ist dein. Hier ist ein Wochenende von Wägen. Jetzt geh auf den Abbruch und komm zu arbeiten. Okidoki. Auch schon. Wir werden im Voraus bezahlen. Wie viel haben wir denn bekommen? Oh! 420 Goldstücke. Nice! Alter Verwalter! Aber wir arbeiten nicht. Wir hauen einfach wieder ab. Und jetzt müssen wir von dem Kerl hier noch ein Ding holen. Ähm. Seine Haare. Okay, das sind die gleichen Knöpfe wie im letzten Game. Nimm das Toupet. Die Schublade machen wir mal auf. Die Schublade machen wir mal auf. Die Schublade, was haben wir denn hier noch? Geh mal hinter die Garderobe. Ich mag nicht, dass wir in anderen Männern Rüben sind. Es ist ein bisschen auf der Tatterten Seite. Okay, was haben wir jetzt alles? Wir haben sein Toupet. Wir haben sein Ding. Wir haben einen Knochen. Braucht noch irgendwas von seinen Klamotten. Ach so, ja. Ich weiß schon. Hehe. Wie kommt man am einfachsten an einen Kerl seine Klamotten? Indem man ihn dreckig macht. Und wie macht man ihn dreckig? Indem man irgendetwas über ihn schüttet. Und was schüttet man am besten über ihn? Das verrate ich dir noch nicht. Und in was tut man das? In den Eimer. Wir haben den Eimer. Den Eimer hab ich komplett vergessen gehabt. Wir gehen mal zum Sumpf. Und holen uns ein bisschen Schlamm aus dem Sumpf hier. Pui, 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 pui. Den will doch keiner. Wow! Ein gesamtes Knochen! Und es ist mein! Alles mein! Hahahaha! Hahahaha! Alles sonst erst! Der ganze Schlamm! Alles meins, meins, meins! So viel Schlamm auf einmal! Da weiß man doch gar nicht was man damit anfangen soll. Und vielleicht weißt du ja jetzt auch schon, wo wir damit hingehen? Oh, Moment Wir sind ja schon lange über der Folgezeit drüber Ups Ja gut, wir gehen jetzt noch schneller rein Ich hatte irgendwie ein Gefühl Irgendwas stimmt nicht Irgendwas habe ich vergessen gehabt Ja, das war die Folge, Ben So, okay, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht Lass mir doch bitte einen Like und einen Kommentar Und wir sehen uns dann morgen in einer neuen Folge wieder Wenn wir die Klamotten klauen werden Okay, das klingt scheiße Er hat danach noch was an, sagen wir es mal so Bis dahin, tschüss